Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 5. Januar 2022. Ihr heute Geek Talk Daily 1145. Heute mit den folgenden Themen. Tesla, Acer, Apple, AVM, Lenovo, Samsung und Safari. Ich starte zuallererst mit Tesla. Gestern noch gemeldet, dass einige grössere Stückzahlen an Gerätschaften zurück dürfen und oder müssen in den Staaten wegen nachführenden Arbeiten. Heute gibt es schon wieder ganz tolle Neuigkeiten für alle zumindest, die in Tesla-Aktien investiert sind. Denn die geht fleissig nach oben aus einem Grund, weil man hat fast eine Million Autos ausgeliefert. Im letzten Quartal, also vorletzten Quartal, dem dritten vom 2021, hat Tesla 241.000 Autos ausgeliefert. Im letzten, im vierten Quartal, also bis nach Weihnachten, waren es dann schon 308.600. Somit konnte Tesla fleissig aufbohren und steigt in eine ganz andere Liga auf. Denn Tesla ist damit der, in Anführungsschlusszeichen, grösste Autobauer der Welt. Nicht hinsichtlich der verkauften einzelnen Autos, also der Menge, sondern vom Umsatz, den man damit so generiert. Das ist natürlich eine schöne Zahl und eine schöne Geschichte für Tesla. Mal schauen, wie das weitergeht und vor allem, wie sie sich halten können, was das anbelangt. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Die Wette auf deren Aktie ist ja doch noch sehr, ja, ich würde eher sagen, nicht ganz so unrisikohaft. Die CES hat gestartet, findet dieses Jahr vielfach digital statt und auch in einem Tag kürzer. Was hat Acer vorgestellt? Drei neue Chromebooks. Was ist das? Das ist ein Ultrabook mit dem Google-Betriebssystem drauf, was man online nutzen kann, auch offline. Und dann wird es später nachgereicht, also das Ganze in die Cloud geschickt, weil das Gerät funktioniert in der Cloud. Was können die drei Geräte? Sehr vieles. Klappen nach hinten. Klappen gerade. Klappen, Klappen und Touch. Und alles Mögliche ist mit dabei. Wer da ein bisschen genauere Daten haben möchte. Es beginnt ab irgendwie 369 Währungseinheiten beim günstigeren Modell und geht bei den teuren Modellen doch deutlich nach oben. Da wird dann aber auch die Verarbeitungsqualität, die Möglichkeiten und die Innereien dann deutlich besser. Weiter, wir bleiben gleich bei der Börse. Heute geht es mit Apple. Oder wir gehen zurück zu der Börse. So, warum muss ich sagen. Vor zwei Tagen hat es Apple endlich geschafft. Ich gehe ein bisschen zurück. Im August 2018 hat der Hersteller von iPhones, Mac-Computern etc. als erstes Unternehmen die Ein-Billionen-Grenze, also in US-Dollar, gesprengt. Keine zwei Jahre später, nämlich im August 2020, hat Apple das erste Mal geschafft, die 2-Milliarden-Grenze zu überschreiten. Auch das wieder als erstes Unternehmen hat sich also innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Jetzt sind wir nochmals, was sind wir, ein, ja, ich würde grob sagen, ganz grob gesagt, eineinhalb Jahre später. Und man hat nochmals nachgedoppelt. Man hat nämlich es geschafft, die 3-Billionen-Marke zu überschreiten. Unglaublich, unglaublich. Hätte ich doch noch mehr meiner Aktien, die ich im 2001 gekauft habe, behalten. Das wäre schön gewesen. Weiter geht es mit AVM. Die haben nämlich eine neue Fritzbox vorgestellt. Genauer gesagt, die Fritzbox 4060. Das ist ein Tri-Band-WLAN-Router mit Wi-Fi 6 und DECT mit integriert. Geht in der Schweiz, Deutschland und Österreich an den Markt. Und wen spricht das an? Das spricht all diejenigen an, die einen vom Provider gestellten Router-Zwang haben. Also irgendein Router oder auch, muss nicht unbedingt Router-Zwang sein, aber ein Gerät, das man nicht mag oder nicht nutzen will. Und da hängt man eben seine neue Fritzbox dahinter und macht damit das ganze WLAN, das ganze Netzwerk. Die ganzen anderen Möglichkeiten, DECT-Netzwerk, ein Smart-Home-Netzwerk auf DECT-UE-Basis etc. Alles für das, was man eben die Fritzbox halt so kennt. Das Gerät ist ein unten-Rechts-Modell, dementsprechend auch preislich so angesetzt. Aber ihr bekommt hier wirklich Leistung satt, wie man so schön sagt. Jährlich klingelt das Lenovo CES-Tier. Und was kommt da? Einige neue Geräte, einige neue, keine Ahnung was. Vielleicht gehe ich in den nächsten Tagen noch ein bisschen drauf ein. Was sie auch vorgestellt haben, auch wieder regelmässig an der CES, sind neue Lenovo Smart Clock Essentials. Und zwar mit Alexa. Und dieses Mal auch mit einem neuen Fuss, nämlich ein Ambient Light Dock. Womit man das Ganze dann auch noch als Tisch, Nachttisch oder was auch immer Lampen nutzen kann. Wippa! Darauf haben wir gewartet, würde ich doch mal sagen. Hashtag und oder nicht. Weiter geht es mit Samsung. Auch die haben ein neues Gerät vorgestellt. Nicht ganz so neu. Es ist die Fan Edition des Samsung S21 5G. Es hört auf den Namen S21 FE 5G. Und was ist es? Ja, es sind vor allem neue Farben. Ansonsten kennt man es ja, das S21. Interessanter Preis. Tolle Hardware. Gutes Gerät. Kann man nicht viel falsch machen, würde ich doch mal behaupten. Wenn man in dem Bereich fischen möchte. Auch weiter mit Samsung geht es im Bereich der Smart TVs. Auch an der CES haben sie vorgestellt, neue Smart TVs, welche in diesem Jahr auf den Markt kommen, die eine NFT-Unterstützung haben. Non-Fungible Token. Also so Dinge, die man für teuer Geld oder auch günstig Geld kaufen kann. Und im Idealführer für ganz, ganz, ganz viel Geld wieder wegverkaufen kann. Oder auch alles verliert. Wie auch immer. Halt neue Möglichkeiten, die uns die Blockchain, Krypto etc. bietet. Und die möchten das eben auf den Fernseher bringen. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein kleines Tutorial, was vor allem alle iOS-Nutzer anspricht. iPhone, iPad, iPod Touch etc. Wie geht man mit diesem Safari um? Was hat es mit diesem privaten Surfen auf sich? Wie funktioniert das? Was gibt es da für Möglichkeiten etc.? Einstellungen und so weiter. All das könnt ihr nachlesen in einem Blogpost, der auf daily.geektalk.ch verlinkt ist. Und oder natürlich auch im Podcast für euer Vertrauens zum Anklicken und Weiterlesen. Besten Dank an der Stelle fürs Reinhören. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, hören wir uns nächstens bald schon wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.